Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition mit mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir den DLC abgeschlossen mit den Battarianern und dem Asteroiden. Wir konnten es verhindern, dass der Asteroid auf den Planeten einschlägt und wir sind nun wieder auf der Normandy. Ist der da was dazu zu sagen? Der sagt nichts. Sie sagen noch erst was nach den ganzen Hauptmissionen. So. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Und dann holen wir unser letztes Crewmitglied. Ich weiß noch, bei meinem ersten Playthrough habe ich Liara zum Schluss geholt. Ich habe als erstes Ferros gemacht und dann, glaube ich, Noveria oder was umgekehrt. Den Icebraten habe ich als zweites gemacht. Ich glaube Noveria. Jedenfalls habe ich zum Schluss hier Liara geholt. Und was dann war, war ziemlich lustig. Aber das erzähle ich dann, wenn wir dazu kommen. War mir dann erst bewusst, als ich das zweite Mal eingespielt habe und sie dann zuerst geholt habe. Weil ich ja anfangs nicht wusste, dass man die rekrutieren kann. Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Wir landen. Wir alleine sind halber Biotika, halber Dings. So sind wir doppelt. Und so sind wir das. Woher sind wir denn hier? Anomalie Notsignal. Hm. Woher sind wir? Wie repariere ich das Ding nochmal? Repariere noch... Au! Da war's so klein. Bedeutig. Ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kackfähig? Oh, alles mitnehmen! Ah, das sind die verschollenen Truppen! Schauen wir uns da noch an, was da ist? Erstmal schnell speichern! Oh, alles mitnehmen! Oh, alles mitnehmen! Hm... Captain Milons... Keine Ahnung wer das ist... Keine Ahnung... 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 Ja toll, Elektronik-Zucki-Ring. Haben wir das erledigt? Die können wir nicht erkunden. Ab ins nächste System. Okay, hier ist nichts. Lampenreer. 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 Okay, okay. Dreh dich nicht so blödes Ding. Dreh dich nicht so blödes Ding. Dreh dich nicht so blödes Ding. Alternative Wege. Level Up. Fißiere bei B-Fih. Oh mein Herr Christoph, balla, balla Alles mitnehmen Schauen wir schon mal auf Wenn wir hier fertig gelootet haben Okay, hier ist nichts Alles nehmen Questo Oh mein Herr Wie können wir das nicht wissen? Oh mein Herr Oh mein Herr Wie können wir? Was passiert jetzt? Hier lebt noch einer. Der ist aber schnell umgefallen. Ja, 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 ne neue Panzerung, gleich mal gucken, die ist schlechter, verdammt, die ist schlechter, ist alles schlechter. Das ist gleich. Hm. Muss ich mal gucken, was hat ein Garus? Garus, Mr. Scharfschütze. Jawoll. Die sind alle besser. Ne, nimmst du auch die. Du bist eh ne krasse. Ah, das geht. Das ist nice. So. Ah, ja, das Tor auch mal auf. Parkt auf den Tür, Herrje, heute. Hehehe. Oh. Oop. Weiter geht's. Weiter geht's. Bam, back it up. 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 Bam. Guys, what's this? Bam. Bam. Bam, back it up. Bam. 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 Wo ist er noch? Willi, ein Digger? Störe online. Oh, Schnaiper. Oh, Schnaiper. Oh, Schnaiper. Oh, Schnaiper. So, Rex, bist du wieder auf den Beinen? Ja, alter Sau. Warum verrückst du eigentlich immer zuerst? Du hast doch einen dickeren Panzerhals, Garus. Warum musste ich husten? Oh, Pirsten, wir haben ein Problem. Nichts als Felsen, Dreck und Lava erinnert mich an zu Hause. Denken Sie daran, immer genug zu trinken? Was soll man was anderes zu sagen? So, was aber hier unten auf uns wartet, sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich sage, danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr wisst hier. Liked und subscribe und wenn ihr es noch nicht wünscht, dann habt ihr Notation-Belag-Team und das YouTube-Weißer-SMR von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachtigen, wann es bei uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account von Dennis, dem ihr einen Follower drücken könntet und auf alle Fizienzeigen einstellen solltet. Damit solltet ihr dann eigentlich selbst selber mitbekommen, wann was bei uns abgeht. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge. Tschöööö.